Hallo liebe Fitnessfreunde, heute möchte ich euch in dieser wunderschönen Umgebung hier hinten mit dem Rapsfeld, mit den Blüten, mit den Apfelblüten hier einen tollen Tipp an die Hand geben, den ihr sehr schnell machen könnt und ohne irgendwelche Geräte, ihr benutzt einfach Bizeps und Trizeps und drückt immer mit Gegendruck hier eure Hand weg und zieht sie wieder ran. Da arbeitet der Bizeps und hier arbeitet jetzt der Trizeps, Bizeps, Trizeps und das macht ihr so lange und wenn ihr richtig nach vorne drückt, dann wird eure Brustmuskulatur auch mit angespannt und glaubt mir, das ist wirklich eine tolle Übung, einmal kurz in Bewegung kommen, in Schweiß kommen wollte ich gerade sagen, ob ihr dabei in Schweiß kommt, weiß ich nicht, aber es soll anstrengend sein. Und dann macht ihr das eine Minute oder besser noch 88 Sekunden, wechselt immer ein bisschen ab, wenn ihr nicht mehr könnt, ihr könnt ja selber entscheiden, wie stark das sein soll, macht ihr eine kurze Pause und dann geht es weiter. Viel Spaß dabei und Tschüss.